Ich habe die ganze Welt schon gesehen, als Junge zog ich hinaus. Von Hongkong bis Moskau, von Rio bis Alaska, überall war ich zu Haus. Ich habe die höchsten Berge gesehen, die Ozeane und den wüsten Sand. Und so manche schöne Mädchen reichten mir zum Abschied unter Tränen seiner Hand. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten, wo meine Wiege stand, wo ich gespielt als Kind. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten, hier wo auch Vater und Mutter zu Hause sind. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten, wo meine Wiege stand, wo ich gespielt als Kind. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten, wo meine Wiege stand. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten, hier wo auch Vater und Mutter zu Hause sind. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten. Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten. Und dann jeder Erfahrung, wie scarsten Sie sich starten. Und er hat, ja, da ist das ganze centralized, da ist noch ein bisschen anders zu sagen. Und dann kann man ein bisschen mehr wie wie uns das so am первый Fall hier, und dann lasstst und dann haben Sie sich starten. Vielen Dank.